Achtsam leben, bewusst leben, gelassen leben, intensiv leben. Achtsam leben ist eine Form des Lebens, die Zufriedenheit, Gelassenheit, auch Freude schenkt. Achtsames Leben ist ein Leben, welches ein ethisches Leben ist und ein rücksichtsvolles Leben ist. In einem anderen Vortrag zum Thema Achtsam habe ich ja schon gesagt, dass es drei Dimensionen der Achtsamkeit gibt und damit auch drei Dimensionen des achtsamen Lebens. Und zwar bewusst, zweitens beobachtend und drittens intensiv. Ich möchte auf alle drei Formen des achtsamen Lebens kurz eingehen, was wie eine Wiederholung oder Zusammenfassung ist des Begriffes Achtsam oder des Vortrags über Achtsam. Erstens, achtsam leben heißt bewusst leben und rücksichtsvoll leben. Also achtsam leben heißt, das, was du tust, bewusst zu machen und bewusst zu sein, welche Auswirkung das, was du tust, hat auf andere und auf die Umwelt. Achtsam leben kann zum Beispiel heißen, wenn du morgens aufwachst, zu schauen, wenn neben dir jemand liegt, dass du dort so aufwachst und so aufstehst, wie es für den anderen okay ist. Achtsam leben könnte auch heißen, dass du den anderen so umarmst, wie du denkst, dass es für ihn gut ist. Achtsam leben heißt dann, dass du die Tür auf eine Weise öffnest, dass es den anderen nicht stört. Achtsam leben heißt, dass du dann im Badezimmer so lange bleibst, wie es für den anderen angemessen ist und dass du das Badezimmer so hinterlässt, wie es für den anderen schön ist. Achtsam leben heißt, wenn du die Tür aufmachst und nach außen gehst, dass du die Menschen anschaust, die dir begegnen und dass du ihnen vielleicht zunickst und schaust, dass du ihnen etwas Gutes tun kannst. Achtsam leben heißt dann, dass du schaust, wo du deine Stritte hintust und das hilft vielleicht, dass du nicht in einen Hundehaufen reintrittst. Achtsam leben heißt, dass du bewusst atmest, dass du bewusst die Sonne auf deiner Haut spürst, dass du die Luft bewusst einatmest. Achtsam leben heißt, dass du, was auch immer du tust, es bewusst tust und sowohl es bewusst wahrnimmst, es bewusst machst, wie auch auf die Auswirkungen achtest. Achtsam leben heißt, wenn du etwas kaufst, dass du auch überlegst, welche Auswirkungen hat das auf die Umwelt und dass du nicht einfach deiner Gier folgst, sondern auch überlegst, was brauche ich das wirklich. Achtsam leben heißt, dass du freundlich mit deinen Kollegen umgehst, dass du dein Handeln so machst, dass es eine positive Auswirkung auf andere hat und dass du bewusst und rücksichtsvoll bist. Das ist also die erste Dimension von achtsam leben. Achtsam leben als beobachtend leben. Achtsam leben heißt auch eine zweite Dimension. Es ist das Einnehmen der Position eines Beobachters und eines Zeugen. In vielerlei Hinsicht wird heute gerne diese Form des achtsamen Lebens als die Achtsamkeit in der modernen Psychotherapie bezeichnet. Achtsam leben heißt eben beobachtend. Heißt nicht, sich über alles beklagen und nicht gleich an die Decke gehen. Achtsam leben kann zum Beispiel heißen, du spürst Schmerzen im Rücken, aber deshalb ist das Leben nicht lebbar. Du bist dir bewusst, da sind bestimmte Schmerzen im Rücken und du kannst sie wahrnehmen. Achtsam leben kann heißen, du nimmst deine Emotionen bewusst wahr, ohne dich damit zu identifizieren. Achtsam leben heißt, du nimmst Bedürfnisse wahr, aber du musst sie nicht gleich umsetzen. Achtsam leben heißt, du spürst plötzlich intensive Wünsche, du beobachtest sie, du beobachtest ihr Auftreten und auch wieder ihr Verschwinden. Achtsam leben heißt also auch bewusst leben, gelassen leben, beobachtend leben. Heißt ein Zeuge sein, ohne dich gleich zu identifizieren. Diese ersten beiden Formen des achtsamen Lebens sind bewusstes Leben, gelassenes Leben, auch Leben in einer gewissen Gemütsruhe und einer gewissen Ausgeglichenheit. Die dritte Form des achtsamen Lebens, intensives Leben. Achtsames Leben ist bewusstes Leben, achtsames Leben ist Leben, wo du dich nicht so sehr ablenken lässt. Achtsames Leben ist selbstbestimmtes Leben und nicht fremdbestimmtes Leben. Und wenn du all das umsetzt, kommt es schließlich auch zum intensiven Leben. Wenn du das, was du tust, mit vollem Herzen und all deinem Geist machst, wird es intensiv. Wenn du einen Menschen voll wahrnimmst, spürst du Liebe und Verschmelzen und Einheit. Wenn du das, was du tust, ganz tust, dann entsteht dort auch eine Intensität und eine Energie, eine Konzentration, eine Intuition und so weiter. Also diese höchste Achtsamkeit im Leben, dieses intensive, achtsame Leben ist ein großartiges, freudevolles Leben. Letztlich ein spirituelles Leben ist immer auch achtsames Leben und immer auch ein Fluktuieren zwischen diesen drei Formen des achtsamen Lebens. Es ist gut, das, was du tust, bewusst zu machen, rücksichtsvoll zu machen, ethisch zu machen, im Bewusstsein der Auswirkungen, die kommen können. Es ist gut, aber auch manchmal einfach zu beobachten, neutraler Beobachter zu sein, rauszutreten aus dem Alltag, indem du beobachtest, was geschieht. Und als drittes ist es manchmal gut, das, was du tust, mit ganzem Herzen, voller Bewusstsein, voller Energie, voller Konzentration zu machen, zum intensiven Leben und erleben zu können. All das ist eine Grundlage einer tiefen Spiritualität. Natürlich, du musst nicht immer achtsam leben. Manchmal kannst du auch deine Gedanken fließen lassen, manchmal kannst du auch mal in deiner Emotionalität sein, manchmal kannst du auch nachdenken, Sorgen machen, Pläne schmieden, Visionen haben, über andere nachdenken und so weiter. Aber den größten Teil des Tages ist es gut, achtsam zu leben. Das ist ein schönes Leben, ein heiteres Leben, ein gelassenes Leben, zwischendurch auch ein intensives Leben. Soweit einige Tipps zum Thema Achtsam und Achtsamkeit. Mehr Informationen findest du auch auf unserer Internetseite wiki.yoga-vidya.de unter den Begriffen Achtsam, Achtsamkeit, Achtsamkeitsübungen und Achtsamkeitsmeditation. Das ist ein schönes Leben, das ist ein schönes Leben. Das ist ein schönes Leben.